Der Marsch ist schon wieder zu. Der Dunkel mit Brüllen, mit rein. Auf der Seite. Da gibt man so ein roter Hemmli. So ein Geier. Ich habe ein Satzwerk gezeigt, extrem zu töten gewesen. Ich habe auch nicht gesagt, ich habe mir geholfen. Ich denke, es ist schon ein bisschen von mir. Ich denke, es ist die Situation, dass ich mit dem langen Stuben treffe, dass ich das nicht möchte. Und dann, dass ich das nicht möchte, dass ich das nicht möchte.